Hallo, haben Sie kurz Zeit? Wollen Sie mich beklauen? Nein, ich verstehe die Steuerung noch nicht. Sie sind der Spieler, der Auserwählte. Ja, der bin ich. Sie wirken etwas hilflos. Ach was, ich muss nur herausfinden, wie ich die... Nicht die Karte öffnen. Ich muss nur herausfinden, wie ich... Leg die verdammte Waffe weg. Tut mir leid, ich muss nur herausfinden, wie ich die Waffe wegstecke. Au, au, au. Das wollte ich nicht, ich wollte nur die Waffe wegstecken. Au, aua. Wache, ich will doch nur ins Inventar. Was ist hier los? Der Spieler will mich umbringen. Alles gut, ich habe das Inventar gefunden.